Starship nach dem Start ist Starship vor dem Start. Wo stehen wir bei Booster 10 und Ship 28? Elon Musk gibt bereits Ausblicke auf die nächste Starship-Generation. Auch chinesische Raketen setzen jetzt auf Edelstahl. Nordkorea fliegt zickzack. China und Amazon starten Satelliten-Internettests. Die ISS wird 25, die Ariane 6 feuert, bändet den Test aber vorzeitig. Hat das Wilken-Haupttriebwerk versagt? Das und noch viel mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. In meiner Startanalyse zum Starship-Start habe ich zu Anfang die doch sehr negative Presse zum zweiten Starship-Testflug genannt. Ich konnte sie nicht wirklich nachvollziehen. Aber inzwischen mehren sich ja die Stimmen, dass es für einen raschen Testflug und hardwarereiche Entwicklung, wie SpaceX immer praktiziert, ein voller Erfolg war. Warum? Jeder, der genau hinschaut, der wird sofort 39 Gründe finden und dann weitere, die von einem Erfolg sprechen lassen. Denn grundsätzlich haben alle 39 Raptor-Triebwerke an Booster und Chip bei diesem Flug gefeuert. Am Booster für die komplette Brenndauer des Aufstiegs und beim Chip fast bis zum Brennschluss. Was letztlich am Chip schiefgelaufen ist, das wissen wir noch nicht. Aber sollte die Telemetrie lange genug gute Daten geliefert haben, wird SpaceX den Grund für die vorzeitige Abschaltung mit Sicherheit herausfinden. Ja, das offizielle SpaceX-Statement lautet, der Flugtest endete mit dem Verlust der Telemetrie nahe des Brennschlusses der zweiten Stufe. Die eckige Formulierung von SpaceX, dass man anhand der vorhandenen Daten von einem Sicherheitssprengbefehl ausgeht, lässt für mich eigentlich nur den Schluss zu, dass man noch nicht hundertprozentig weiß, ob das Schiff wirklich diesen Befehl ausgeführt hat, sondern man nur die daraus resultierende Zerstörung so interpretiert. Ich hoffe jetzt einfach auf ein baldiges Elon Musk-Interview, in dem wir dann mit Sicherheit mehr erfahren. Hauptpunkte, die man meiner Meinung nach als Erfolg werten kann, die Rakete ist für einen Prototypen in einem sehr engen Zeitfenster am 18. November von der Starbase in Texas gestartet und das mit 31 Raptor-Triebwerken des Super Heavy Boosters. Eine Redundanz hätte ja auch den Start übrigens mit 30 Triebwerken zugelassen. Der Erststufenbooster, der absolvierte dann eine komplette Brenndauer für den Aufstieg. Das selektive Abschalten der Booster-Triebwerke lief dann ebenfalls problemlos. Das Starship-System vollzog erfolgreich die neue heiße Stufentrennung, das sogenannte Hot Staging, bei dem nur drei der Super Heavy Raptor weiterliefen und dann die sechs Raptor-Triebwerke der zweiten Stufe, der Oberstufe, gezündet haben. Oberstufe und Booster trennten sich erfolgreich und der Booster leitete seinen Flip für den Rückflug ein. Ab diesem Moment begannen die Dinge dann für den Booster aus dem Ruder zu laufen. Das beschreibe und analysiere ich genauer in meiner Startzusammenfassung, die es unter dem Video verlinkt. Die sechs Raptor-Triebwerke der zweiten Stufe des Starship zündeten erfolgreich und brachten das Fahrzeug dann auf eine Höhe von 150 Kilometern und eine Geschwindigkeit von etwa 24.000 Kilometern, womit es als erstes Starship ja den Weltraum erreicht hat und fast den vollständigen Brennvorgang abgeschlossen hat. In meiner Startzusammenfassung konnte ich mir einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Mit Falcon 1, Falcon 9 und Falcon Heavy ist das Starship jetzt schon die vierte Rakete, die höher fliegt als die New Shepard-Rakete von Blue Origin. Mittlerweile ist bestätigt, die Aufnahmen von Astronomy Live hat tatsächlich von Florida aus den weiteren Flug des auseinanderbrechenden Starships gefilmt. Das ganze Video ist hier unter dem Video verlinkt. Dort kann man sogar ganz klar die vorderen Flaps des Ship 25 erkennen oder was davon übrig ist. Bilder, die direkt nach dem Start unter dem Pad aufgenommen wurden und die Elon Musk dann geteilt hat, sollen bestätigen, dass der neue wassergekühlte Flammenabweiser und andere Startplatzverbesserungen wie erwartet funktioniert haben. Kleinere Schäden am Starttisch und auch an den großen vertikalen Tanks sind wohl doch wieder aufgetreten. Für die schnelle vollständige Wiederverwendung, die SpaceX perspektivisch ja anstrebt, ist da definitiv noch was zu tun. Es wird in der Community aktuell darüber spekuliert, ob der Starttisch an stark beanspruchten Stellen an die neue Wasserkühlung zum Beispiel mit angeschlossen wird. Nicht die schlechteste Idee, wie ich finde. Um die vertikalen Tankfarm-Tanks müssen wir uns nicht so viele Sorgen machen, da sie ja zeitnah durch horizontale Hotdog-Tanks ersetzt werden sollen. Also sogenannte Hotdog-Tanks, das sind die, die liegen. Ursprüngliche Idee war ja wohl mal, dass die Tanks mit den gleichen Materialien und Fertigungsverfahren wie das Starship zu bauen sind, was eine Tankfarm-Konstruktion auf dem Mars dann begünstigen würde. Das gesamte Starship zum Mars-Konzept basiert ja auf der Idee, keinen Treibstoff für die Rückreise mitzunehmen, sondern so viel Zeugs zum Mars zu bringen, dass man da die Treibstoffproduktion und die Startinfrastruktur aufbauen kann. Eine Idee, die Robert Zubrin 1990 mit seinem Mars-Direkt-Konzept zum ersten Mal vorgeschlagen hat. Da sind aber dann doch noch ein paar Jahre hin. Aktuell am wichtigsten, dass das Starship verlässlich in den niedrigen Erdorbit fliegen kann. Die besten Kandidaten dafür aktuell Booster 10 und Ship 28. Beide müssen vor einem Flug noch jeweils einzeln, aber auch dann kombiniert getestet werden. Ship 28 hat bereits alle seine sechs Raptor für einen Flug. Auch das Hitzeschild ist beinahe komplett und wirkt deutlich ordentlicher als bei Ship 25. Ich erwarte eigentlich, dass hier alle Hitzekacheln vor einem Flug auf korrekte Montage überprüft werden. Das kann mit Saugnäpfen und einer Kraftmessdose statisch oder mit einer erregten Schwingmasse dynamisch erfolgen. Ich würde jetzt mal vermuten, die Vibrationen beim Aufstieg sind das größte Problem. Also dynamisch zu testen, das würde irgendwo Sinn machen. Aber klar, statisch, das lässt sich natürlich einfacher testen. Also vielleicht wird da nur auf einen statischen Test einen Sicherheitsaufschlag gegeben und gut ist. Für den Aufstieg beim Start braucht es aber jedoch vor allem den Booster. Nach dem zweiten Flug würde ich sagen, hat Booster 10 ein bisschen Druck. Da hat Booster 9 ja doch ordentlich vorgelegt und die Latte ziemlich hochgelegt. An Booster 10 wurden definitiv Raptor-Triebwerke installiert. Wie viele und ob wir so bald Feuer unter dem Hintern sehen werden, das kann ich euch leider noch nicht sagen. Cryo-Tests sind mit Stickstoff aber schon an Booster 10 durchgeführt worden. Elon Musk postete diese Woche außerdem ein Bild von vier Starships in und vor der Megabay mit dem Hinweis, dass es die letzten von V1 sind. Da sich diese V1-Prototypen untereinander oft baulich schon leicht unterscheiden, dürfte also für die Version 2 ein ganz großes Update geplant sein. Unter dem X-Post gibt Elon Musk einen kleinen Ausblick. Er schreibt Version 2 fast mehr Treibstoff, reduziert die Trockenmasse, also das Strukturgewicht und soll die Zuverlässigkeit verbessern. Das lässt den Schluss zu, dass SpaceX bei diesem Flug schon so viel gelernt hat, dass eine nächste Generation mit den Learnings Sinn macht. Ein Update, von dem wir schon wissen, dass es über kurz oder lang kommen soll, heißt die Erhöhung der Vakuum-Raptoren von 3 auf 6, was dann die Chip-Triebwerke insgesamt mit drei Meereshöhen-Raptor auf insgesamt neun Triebwerke steigern würde. Ebenso erwarte ich eigentlich zeitnah Chips, die definitiv für das Aussetzen von großen Starlink-V3-Satelliten geeignet sind. Ich kann mir gut vorstellen, SpaceX ist jetzt nach diesem Flug davon überzeugt, dass mit den vier verbliebenen V1-Prototypen ein Orbit erreicht wird und Nutzlastflüge bereits vorbereitet werden sollten. Weiter wäre möglich, dass die nächste Version noch mehr auf industrielle Serienfertigung getrimmt ist. Jetzt schon ist beachtlich, wie schnell Booster und Chips in der Starbase produziert werden. Kaum vorstellbar, dass SpaceX das noch bedeutend schneller machen möchte. Fun Fact, Elon Musk hat mal den Wechsel zu Edelstahl als Hauptkonstruktionsmaterial, als die vermutlich wichtigste einzelne Designentscheidung von SpaceX zum Starship bezeichnet. Ja, und dieser Wechsel, der wurde erst 2020 vollzogen. In dem Zusammenhang sehr interessant. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass das chinesische Raketen-Startup Landspace im Juli die erste Methalox-getriebene Rakete überhaupt erfolgreich in den Orbit geschossen hat. Diese Woche hat Landspace bekannt gegeben, es werde seine nächste Rakete aus Edelstahl-ähnlich zum Starship bauen. Die Suki 3 soll teilweise wiederverwendbar sein und bis zu 16,5 Tonnen in den niedrigen Erdorbit bringen können. Bevor wir uns anschauen, was sonst noch so gestartet ist, wir hauen diesen November wieder ordentlich Rabatte für Senkrechtstarter Merchandise raus. Also wenn ihr noch das passende Outfit für unseren Apollo-Moment sucht oder das perfekte Weihnachtsgeschenk bis zum Dienstagabend, den 28.11. bis 23.59 Uhr, gibt's die Senkrechtstarter Black Friday Rabatte. Link ist unter dem Video. Als wäre der Start der größten und leistungsstärksten je gebauten Rakete nicht schon genug, ist SpaceX dann am Montag direkt wieder zum Brotgeschäft übergegangen. Von der Venenberg Space Force Base wurden Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Es war der 15. Flug und die 15. Landung für diesen eingesetzten Falcon 9-Booster. Am Dienstag, den 21. November, ist von Nordkorea aus eine Trägerrakete mit einem Militärsatelliten gestartet. Interessant, die Flugbahn, die erst in Richtung China ging und dann mit zwei Dog-Lag-Manövern gerade China umgangen hat. Hintergrund dürfte die angespannte Lage zwischen Nordkorea und seinen Nachbarn sein, also dass man nicht in Richtung Osten gestartet ist. Mit diesem energetisch sehr ungünstigen Kurs konnte man bis zur Orbit-Einsteuerung sicherstellen, dass die jeweiligen Stufen ins Meer fallen und nicht auf das befreundete China. Am Mittwoch, den 22. November, hat SpaceX mit einer Falcon 9 von Cape Canaveral eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Am Donnerstag, den 23. November, hob eine lange Marsch-2D-Rakete vom Xicheng Satellite Launch Center im Südwesten Chinas ab. Die Nutzlast wurde nicht klar benannt, soweit ich weiß, sondern nur vage als experimentelle Satelliten für Satelliten-Internet-Technologie genannt. Die wahrscheinlichste Anwendung für diese Satelliten sind Hest für Chinas staatliche Satelliten-Internet-Megakonstellation mit dem Namen Guawang. Die Megakonstellation soll in Zukunft aus 13.000 Satelliten im niedrigen Erdorbit bestehen und soll eine Antwort auf SpaceX Starlink sein. Eine zweite chinesische Megakonstellation, die aber von einer privaten Firma umgesetzt werden soll, die ist mit der G60-Breitbandkonstellation auch in Planung. Apropos Konkurrenz für Starlink. Amazon plant seine eigene Megakonstellation. Die hat gerade einen wichtigen Meilenstein absolviert und die ersten beiden Satelliten-Prototypen Kölpersat 1 und Kölpersat 2 wurden erfolgreich im niedrigen Erdorbit getestet. Laut Amazon wurde bei diesem Test bis zu 1 Gigabit pro Sekunde demonstriert. Amazon möchte mehr als 3.200 Satelliten starten. Nach diesem erfolgreichen Test wird die Produktion von Satelliten und im Franksterminal jetzt hochgefahren. Amazon muss bis Mitte 2026 die Hälfte der Satelliten starten, um seine FCC-Funklizenzen nicht zu verlieren. Von den drei gebuchten Raketen Vulcan, Ariane 6 und New Glenn ist bisher noch kein einziger einsatzbereit. Ist also ein gewisses Risiko. Aber mit Vulcan von ULA und Ariane 6 in Europa stehen ja, wenn alles gut geht, zwei Raketen kurz vor der Indienststellung. Und das ist die perfekte Überleitung zur Ariane 6. Wie Andrew Parsonson die Woche berichtet hatte, wurde der erste Feststoffbooster für einen Flug der Ariane 6 ausgeliefert. Zwei Stück an der Ariane 6 II und vier Stück ja für die Ariane 6 IV. Beim Start der Ariane liefern die den Hauptschub der Rakete. Trotzdem zündet in der Zentralstufe das Haupttriebwerk wie bei der Ariane 5 mit. Die ESA hat genau dafür am 23. November einen Langzeit-Brenntest der Ariane 6 Hauptstufe durchgeführt. Die Booster an den Seiten, die waren dabei nur Dummies dieses Mal. Anschließend wurde das Vulcan 2.1-Triebwerk der Hauptstufe gezündet. Das Vulcan 2.1-Triebwerk, das ist eine Weiterentwicklung des Vulcan-Triebwerks der Ariane 5. Für mich etwas überraschend gab es einen Livestream des Tests, den ich mir im Nachgang dann angesehen habe. Mich etwas stutzig gemacht hatte die Tatsache, dass man nicht die eigentlich geplanten 470 Sekunden gefeuert hatte, sondern nur 426 Sekunden. Ich würde auch sagen, dass die Verbrennung zu Ende hin nicht sauber aussah, wie man es sonst ja von Wasserstoff und Sauerstoff erwarten würde. Das lässt für mich eigentlich nur den Schluss zu, dass da vermutlich irgendwas kaputt gegangen ist. Aber das deckt sich nicht mit dem offiziellen Statement. Laut ESA und Ariane Gupp war der Test ein Erfolg und von der Anomalie war da nicht die Rede. Also meine Aussage jetzt ein bisschen mit Anzweifeln bzw. ist nur eine Vermutung von mir. Lampolzhausen, das sind die Prüfstände vom DLR. Nicht in Lampolzhausen, sondern von Andoja in Norwegen hat das DLR erfolgreich die Forschungsrakete Red Kite gestartet. Die 6,6 Meter lange Rakete mit einer Startmasse von 1,5 Tonnen erreichte eine Höhe von 71 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 5. Anschließend stürzte die Rakete dann 60 Kilometer vom Startpunkt entfernt in den Nordatlantik. Die gut 900 Kilogramm Komposit-Treibstoff, die brennen innerhalb von nur 12 Sekunden ab. Der Raketenmotor, der wurde für den Einsatz als Boosterstufe für mehrstufige Forschungsraketen konzipiert und soll für Schwerelosigkeitsforschung sowie Über- und Hyperschalltechnologien verwendet werden. Suborbitale Forschungsrakete, keine Orbitalrakete, aber auch die leisten wertvolle Forschung. Orbital und ein gutes Stück höher, die ISS. Herzlichen Glückwunsch an die ISS zu ihrem 25. Geburtstag, 25 Jahre im All. Das erste Modul SAIA, gestartet am 20. November 1998, markierte als Start der Internationalen Raumstation einen technischen und politischen Meilenstein. SAIA, zu Deutsch Morgenröte, gebaut in Russland und finanziert von der NASA, symbolisiert auch die internationale Zusammenarbeit. SAIA war übrigens ein Schnapper, nur 220 Millionen Dollar hat die NASA dafür zahlen müssen. Mit dem ersten US-Modul Unity 1998 verbunden, bildete SAIA dann die Basis für die fortwährende Besatzung der Station seit November 2000. Die ISS, an der ja auch Europa und Japan mit Modulen beteiligt sind, dient als Forschungsstätte, Technologie, Plattform und als politisches Austauschprogramm. Sie hat auch kommerzielle Erweiterungen erlebt, wie das aufblasbare Beam-Modul und die Bartholomeo-Plattform. Mit neuen Solarpanelen für mehr Leistung ausgestattet, bereitet sich die ISS jetzt auf die Ankunft der kommerziellen Module der Exxon Space Station vor. Die ISS, einst aus Ost und West, bleibt ein Symbol für internationale Kooperationen im Weltraum und hat sich mit einer Vielzahl an Rekorden schon lange, lange Zeit einen Platz in die Geschichtsbücher der Raumfahrt eingeschrieben. Hier geht ein riesen Dankeschön und meine Hochachtung an jeden, der an diesem extrem komplexen Projekt beteiligt war oder sogar noch ist. Normalerweise würde man einem Jubiläar Glück für die nächsten 25 Jahre wünschen. Ganz so lang wird es dann aber definitiv nicht werden für die ISS. Auch wenn alles gut geht, ist vermutlich 2030 Schluss. Am Montag sagte ein NASA-Beamter während einer Pressekonferenz, dass die NASA keine Raumstück-Lücke in der niedrigen Erdumlaufbahn sehen möchte, aber so eine Lücke auch nicht das Ende der Welt sei und man akzeptieren könnte, wenn es auf eine gute langfristige Lösung mit den kommerziellen Stationen hinausläuft. Das würde natürlich die Forschung etwas beeinträchtigen, aber mit Crew Dragon und Starliner Solo-Flügen könnten die Auswirkungen einer solchen Lücke minimiert werden. Bei diesen Solo-Flügen könnte eine zweiköpfige Besatzung bis zu 10 Tage im Weltraum bleiben und so dann notwendige Forschung durchführen. Langzeit-Experimente und Beobachtungen der Auswirkungen auf den menschlichen Körper sind dann natürlich erstmal raus. Aktuelle ISS-Besatzungen, die bleiben ja für gewöhnlich ein halbes Jahr oder sogar länger im Orbit. Auf der gleichen Pressekonferenz sagte die NASA, man sei mit dem Boeing Starliner auf Kurs für einen Flug im April. Die Mission wird neben dem ersten Crew-Flug des Starliners das erste Mal sein, dass eine US-Kapsel mit Besatzung an Land landet. Und ja, der erste US-Crew-Flug seit Apollo 7 1968, der nicht vom Kennedy Space Center startet, sondern etwas südlich von Cape Canaveral. Wobei SpaceX damals wieder Boeing zuvorkommen könnte. SpaceX und XM Space führen laut NASA aktuell Gespräche über den Start der Crew-Mission XM-3 von SLC-40 in Cape Canaveral. Hier ist SpaceX ja in den letzten Arbeiten für die Ertüchtigung für Dragon-Starts. Übrigens gab die NASA bekannt, Jim Free, derzeit verantwortlich für die Entwicklung der NASA Artemis-Architektur für den Weg zum Mond und Mars, werde Ende des Jahres das Amt des assoziierten NASA-Administrators übernehmen. Seine neue Position ist die dritthöchste in der Behörde nach Administrator Bill Nelson und der stellvertretenden Administratorin Pam Melroy. Er wird als Chief Operating Officer der Behörde für mehr als 18.000 Mitarbeiter und ein Jahresbudget von 25 Milliarden Dollar verantwortlich sein. Keine 25 Milliarden, aber ein wichtiger, weil regelmäßig und für mich so planbarer Teil der Senkrechtstarter-Einnahmen, der kommt von euch, von den Schutzengeln. Da auch hier wieder ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die den Kanal regelmäßig durch ihre Spenden monetär unterstützen. Als kleines Dankeschön gibt es ja für euch alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, die deutsche Sprache und aktiv für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Ich lehne mich, glaube ich, nicht sehr weit aus dem Fenster, wenn ich sage, näher dran als der nächste Starship-Start. Genau, sind die Starts der kommenden Woche. Im Schnelldurchgang, ja, wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte das russische Militär einen Spionagesatelliten mit einer Soyuz 2.1a von Plesets aus gestartet haben. Am Montagmorgen, den 27. November, will SpaceX eine weitere Ladung Starlink-Internetsatelliten starten. Wenn alles gut läuft, wird am Dienstag aus Neuseeland endlich wieder eine Elektron starten. Der erste Start nach dem Fehlstart am 19. September. Am Donnerstag, 30. November, soll New Shepard zum ersten Mal seit dem Fehlstart 2022 wieder fliegen. Wie damals ohne Menschen und mit den Experimenten, die vom Flugabbruchsystem gerettet wurden. Am Freitag dann der erste von fünf militärischen Erdbeobachtungs-Satelliten für Südkorea, gestartet mit einer Falcon 9 von Vandenberg. Auch am Freitag, 1. Dezember, dann der Wochenabschluss mit einer Soyuz von Baikonur, mit einem Progressfrachter für die ISS. Ziemlich viel los in der Raumfahrt und das wird tendenziell sogar noch mehr. Wenn du noch das passende Outfit für unseren Apollo-Moment suchst, Senkrechtstarter Merchandise aktuell im Black Friday-Angebot. Link ist unter dem Video. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.